So, hallo ihr Lieben, ich befinde mich hier gerade wieder in meinem Büro an meiner Workstation. Das Fenster ist offen, es ist ein wunderschöner Tag und auf diesen Tag freue ich mich schon die ganze Woche, denn heute ist Auszahlungstag. Wir hatten unsere Content-Woche, 5 Tage lang am Stück gab es jetzt Videos und das möchten wir heute mit einer Auszahlung bei Finmax krönen. Oh Gott, jetzt wird es hier ganz dunkel, ich hoffe es fokussiert gleich wieder. So, jetzt haben wir es. Genau, und das möchte ich heute mit dir gemeinsam einfach einmal durchgehen. Ich befinde mich hier gerade sogar noch in einer Position hinten im Euro-USD, da gucken wir dann gleich einfach nochmal kurz in die geschlossenen Positionen und schauen, wie das verlaufen ist. Und ich würde sagen, ja, wir beenden jetzt einfach diese schöne Trading-Woche, die von sehr viel Erfolg gekrönt war mit diesem Auszahlungsvideo. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich werde auf jeden Fall feiern gehen, das hatte ich mir schon fest vorgenommen und happy Trading nach wie vor. Schaltet nächste Woche wieder ein, dann wird es hier nämlich auch wieder spannenden Content geben, also abonnieren nicht vergessen und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. So, ich freue mich, dass ich die nächsten Minuten mit euch teilen kann. Also wir befinden uns jetzt hier auf der Broker-Plattform bei Finmax. Hier oben sehen wir nochmal das aktuelle Guthaben auf unserem Handelsdepot. 54.000 Dollar sind es in diesem Fall. Und dann wollten wir nochmal kurz einen Blick auf die geschlossenen Positionen werfen. Ja, lasst euch von der Trefferkote jetzt bitte nicht flashen, denn es handelt sich hier um das eine, dasselbe Währungspaar. Ich habe hier einfach die Staffelungstechnik angewendet und deshalb sieht das entsprechend aus. Dann würde ich vorschlagen, halten wir uns gar nicht mehr lange auf, sondern gehen einfach mal in den Auszahlungsbereich. Sagen, Auszahlung anfragen. So, und jetzt ist das Schöne bei Finmax. Meine Kreditkarteninformationen sind natürlich aufgrund der vorherigen Auszahlung bereits hinterlegt. Das heißt, ich brauche hier jetzt tatsächlich nur noch meinen Geldbetrag eingeben, den ich letztendlich auszahlen lassen möchte. Das sind 25.000 Dollar. Das sollte erstmal für die nächsten Wochen und Monate reichen. Und wir werden gleich auch noch sehen, wann wir hier letztendlich angefangen haben, mit diesem Depot zu handeln und was da die Ersteinlage war. Und ja, jetzt brauchen wir nur noch auf Übertragen klicken und dann wird das Ganze in die Buchung geschickt. So, und so sieht das Ganze jetzt letztendlich aus. Die Auszahlung ist beantragt. 25.000 Dollar. Wir sehen einen Gewinn in den letzten Monaten von 68.000 Dollar hier auf diesem Konto. 25.000 haben wir bereits auszahlen lassen. Und that's it. Ursprünglich angefangen hatten wir hier mit 10.922. Und ich möchte dazu sagen, das ist natürlich nicht nötig. Man kann auch hier schon mit einem kleinen Konto anfangen zu handeln. Ab 250 Euro Mindesteinlage geht das hier los. Und dann kann man hier mit binären Optionen Geld verdienen. Und ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig jetzt wieder darüber, dass da wieder unterm Strich sehr viel bei rumgekommen ist. Das heißt, unsere Taktiken und Strategien funktionieren. Und wenn du Lust hast, dich dieser Bewegung, will ich es mal nennen, anzuschließen, dann sichere dir doch einfach noch unser ultimatives Einsteigerpaket. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und bitte schau dir unsere vergangenen Videos an. Da erkläre ich bis ins Detail, wie wir hier letztendlich vorgehen, welche Handelssysteme und Strategien wir verfolgen. Und dieses Einsteigerpaket bekommst du kostenlos. Es sind allerdings nur noch zum aktuellen Zeitpunkt elf freie Plätze verfügbar. Das Ganze kostenlos über einen Brokerabschluss bei Finmax. Und hier hatten wir in der Vergangenheit auch nie Probleme. Die haben immer ausgezahlt. Und von daher eine seriöse Anlaufstelle, die ich dir wärmstens ans Herz legen kann. So, und ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet, ja, oder ihr könnt die Freude mit mir teilen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denn dann geht es hier natürlich weiter mit spannenden Handelssessions und sehr viel Content. Und dementsprechend schaltet nächste Woche wieder ein. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris vom Team BinaryWelt. Bis zum nächsten Mal.